Mein Name ist Jan Klötzke. Ich bin bei der PreCarConnect, das war früher mal Technisat Automotive. Technisat kennt ja sonst eigentlich nur jeder für die Receiver. Die haben aber auch irgendwann mal angefangen Autoradios zu bauen. Und das ist jetzt die PreCarConnect. Und das Environment, in dem man sich da bewegt, ist halt ein bisschen speziell. Deswegen ist mehr oder weniger aus Versehen unser eigenes Bildtool entstanden. Ich werde am Anfang ein bisschen erzählen, wie es entstanden ist, warum das passiert ist. Dann was es kann, warum es vielleicht für andere Leute auch interessant sein sollte oder könnte. Und wo dann zum Schluss vielleicht mal die Reise hingeht, was mal schön wäre, was man tun könnte damit oder welche Features da eigentlich noch fehlen. Der interessante Teil ist, man weckt jetzt nicht früh oft, man denkt sich so, heute bauen wir mal ein Bildsystem. Da gibt es normalerweise schon Bildsysteme wie Sand am Meer. Nimmt man sich eins, all Bildsystems suck. Das war die Idee gewesen. Aber so fing es natürlich nicht an, sondern wir hatten damals das MEB2-System. Das kann man jetzt in aktuellen VW-Vorzeugen bestaunen. Ist da zu mehreren Millionen Stückzahlen drin. Damit waren wir praktisch fertig. Dann kamen halt ein paar Vorentwicklungsprojekte. So kleinere Sachen, wo man halt immer das Problem hatte, man hat ein paar C++-Module, die müssen irgendwie zusammenpassen. Ein paar Open-Source-Software, was man auch irgendwie zusammenbringen muss. Meistens ein Linux-BSP. Und das Ganze noch mit verschiedenen Prozessor-Architekturen. Und im Normalfall, was macht man, wenn so ein kleines Vorentwicklungsprojekt ist? Naja, einfach gecheckout und eine Bild-Miasa reicht. Und das reicht allerdings nicht so lange. Nicht, wenn da mehr als zwei Leute dran arbeiten. Und dann ist ein Python-Skript entstanden. Das hieß damals schon Bob. Und das konnte noch nicht sehr viel. Zwei Jahre später stand man vor einem Problem, dass wir beim Volkswagen-Konzern das nächste große Projekt gewonnen hatten. Und auf einmal ein System bauen mussten, was mindestens eine Größenordnung komplexer ist. Auf einmal sind mehr als 100 Entwickler daran beteiligt. Die müssen den ganzen Source-Code auschecken können. Die müssen Teile vom System bauen können. Und das auf eine reproduzierbare Art und Weise. Und auf eine nachvollziehbare Art und Weise. Und das ist halt was, was bis jetzt noch kein anderes Bildsystem, zumindest für unseren Anwendungsfall, geboten hatte. Es gibt verschiedene andere. Ich komme da noch drauf, was es so an Alternativen gibt. Die aber für uns nicht ganz so funktioniert haben. Weil der Anspruch war halt gewesen, wir haben ein Bildsystem für alles. Das heißt, für den Entwickler am Arbeitsplatz, der kann sich für seinen Teil den Source-Code auschecken, kann den bauen. Der passt zum Gesamtsystem. Die Integration kann das gesamte System bauen auf einem Bildcluster. Und das soll in einem kohärenten System abgebildet sein. Und das gab es in der Form halt noch nicht. Und da ist das eigentlich mehr oder weniger Ausverstehen entstanden. Der Punkt ist, braucht man denn wirklich dazu ein neues Tool? Oder kann man nicht eins umbauen, was dann einfach so funktioniert? Für unsere Ansprüche halt. Der Punkt ist halt reproduzierbares Cross-Compiling, was wir da an der Stelle machen. Weil wir halt typischerweise uns auf ARM-Architekturen bewegen. Solche Infotainment-Systeme, die im Auto drin sind, sind meistens ARM-Systeme. Gibt es auch mit x86, aber selbst dann hat man einen speziellen Compiler dafür. Man hat einen DSP, man hat einen Mikrocontroller. Das heißt, im selben System mehrere verschiedene Prozessor-Architekturen, für die man teilweise gemeinsam Source-Code kompilieren muss. Der dann auch zusammenpassen muss. Und das reproduzierbar zu machen, ist halt schwierig. Normales Kompilieren ist schon schwierig, das reproduzierbar zu machen. Denn mit Cross-Compiling wird es halt noch schwieriger. Man hat typischerweise, so nimmt man mal aus Versehen die Include-Dateien vom Host. Das Configure findet eine Library vom Host, aber nicht die, für die man Cross-Compiled hat. Und wenn man halt ganz viel Open-Source-Software zusammenpackt mit einem Linux-BSP, da findet man alle möglichen Bildsysteme. Auto-Tools sind noch das Beste. CMake kennt man von jetzt die ganzen C++-Module. Aber da findet man selbstgeschriebene Configure-Skripte, eigene Make-Files. Boost war auch sehr schön, bringt auch sein eigenes Bildsystem mit. Das macht es schon spannend. Für so Cross-Compiling, gerade Linux-BSPs, gibt es eigentlich sowas wie Bitbake, Jokto, Bildroot, haben wahrscheinlich viele schon gehört. Die sind schön, um schnell zu starten. Aber für so ein Automotive-Environment, wo ganz viele Leute parallel daran arbeiten und wo man halt mehr als eine Zielarchitektur hat im selben Projekt, meistens gar nicht so gut geeignet. Und meistens auch an den Stellen nicht ganz gut geeignet, wenn man halt als Entwickler am Arbeitsplatz mal seine Applikation bauen will. Man hat irgendwie seine kleine Library, an der muss man jetzt irgendwas ändern. Und das muss man nachher auf dem System ausprobieren. Das heißt typischerweise Edit, Compile, Test. Das als Zyklus. Das will man natürlich so schnell wie möglich machen. Und da ist sowas wie Bitbake semi-gut geeignet. Und der Ansatz von Bob ist da eher so funktionaler Natur, weil es halt so schwierig ist, Cross-Compiling und weil es so schwierig ist, das reproduzierbar zu machen. Und die meisten Systeme arbeiten halt auf der Art, man kompiliert was, packt das in so einen Shared Space, nennt man meistens Sysroot, da wird das rein installiert. Dann kommt das nächste Paket, wird da rein installiert. So, dass sich sozusagen so ein Shared State aufbildet, wo alles rein installiert wird. Das Problem dabei ist, wenn ich jetzt da einen Configure drauf loslasse, findet das alles, was da drin ist. So, jetzt kommt es halt drauf an, was habe ich denn vorher gebaut? Finde ich meine Library schon, finde ich sie noch nicht. Auf einmal verhält sich das System anders. Und das will ich halt unbedingt vermeiden, gerade wenn ich nachher wissen will, was ich gebaut habe. Man merkt das meistens daran, dass die beim Parallelen Make solche Systeme dann manchmal abstürzen. Oder beziehungsweise nicht kompilieren. Einfach weil die Abhängigkeiten nur angeben, was mindestens da sein muss. Und wenn es dann mal eine Abhängigkeit fehlt, meistens ist die da beim Parallelen Bauen, aber manchmal auch nicht. Dann überholt sich das. Und auf einmal kompiliert was nicht, dann versuche ich es nochmal und auf einmal geht es. Das hätte ich nicht sehr schön. Und deswegen sind wir dann doch auf einen eigenen Ansatz gegangen. und haben dort eigentlich im Prinzip drei große Ziele verfolgt. Das ist jetzt nach Wichtigkeit geordnet. Das bringt wahrscheinlich auch das Business mit sich, was wir da machen im Automotive-Sektor. Da ist halt Korrektheit relativ wichtig. Die Idee, die ich dabei hatte, war halt, das Bildsystem an sich sollte halt ein so enges Korsett wie möglich vorgeben. Es sollte genügend Freiraum lassen, wie man halt braucht, aber schon so eng das Korsett fassen, damit man halt nicht aus Versehen daneben tritt. Um halt Fallstricke zu vermeiden, um so eine Abhängigkeit untereinander sichtbar zu machen, wenn ich Dependencies nicht angegeben habe und ich brauche sie aber, dann soll es nicht kompilieren, nicht, dass ich aus Versehen was habe, was nur aus Versehen funktioniert. Das nächste, Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit, ist halt sehr wichtig. Die Kunden fordern halt 10 Jahre, 15 Jahre Reproduzierbarkeit. Also kann sein, dass man nach 10 Jahren halt nochmal ein Fix nachliefern muss. Das ist halt schon sehr anspruchsvoll, weil da sehen die Districts ganz anders aus, völlig anderes Environment. Und im besten Fall ist es halt nur ein Befehl, den man ausführen muss, um das nochmal zu bauen. Und nicht 50 Schritte, noch 30 VMs aus der Kiste wiederholen, die aber sich gar nicht mehr starten lassen, weil das VM-Ware schon wieder die alten Images nicht versteht. Das will man vermeiden, indem man halt das Problem minimiert und nicht das versucht, eine Komplexität zu erschlagen. Und das nächste große Ziel ist natürlich Produktivität. Wir haben ja das Problem, dass an so einem Infotainment-System, man kann sagen, mehrere hundert Entwickler arbeiten. Und die will man natürlich alle auf Drehzahl halten. Da soll niemand seine Zeit damit verbringen, irgendwie das neueste Release zu finden und irgendwie versuchen herauszufinden, wie man jetzt diese Application baut. Das soll halt immer einfach am besten out of the box funktionieren. Wenn das halt nicht funktioniert, ist es blöd. Am besten wollen wir Continuous Integration machen. Das ist eine heikle Geschichte im Automotive-Sektor, weil meistens die Kunden eher so die Idee haben, sie wissen ganz genau, was da ins Release reingehen soll und was nicht. Es kollidiert dann meistens mit den Erwartungen, was der Kunde hat und was man eigentlich als Entwickler typischerweise haben will. Aber das ganz Wichtige ist halt beim Entwickler, der typische Edit-Compile-Test-Cycle, der soll schnell sein. Auch wenn ich das gesamte System betrachte. Ich will meinen Teil bearbeiten, in dem gesamten System, will das auf dem Target austauschen können, ausprobieren, fertig. Und im besten Fall unterstützt man noch IDEs. Das trägt dann doch öfters etwas der Produktivität bei. Das ist schon so eine gewisse Reihenfolge. Also die Produktivität ist wichtig, aber Korrektheit und Reproduzierbarkeit sind halt doch wichtiger. Wie das gelöst ist, kommt man später drauf. Der Bob versucht das halt mit so ein bisschen mit verschiedenen Modi, wie man arbeiten kann, abzubilden. Aber die Beschreibung an sich sollte korrekt sein immer. Mal ein Zitat an der Stelle. Was ich sehr schön fand, und was meine Erfahrung mit den ganzen Bildsystemen halt ist. Typischerweise werden da Features nach Feature nach Feature dazu gepackt. Und was ganz nett ist, aber das Problem vergrößert. Und wenn man so ein komplexes Embedded-System baut, wie wir das halt bei Pre tun, dann merkt man halt ganz schnell, dass Komplexität an der Stelle der Feind ist, dass der das Projekt killen kann. Nicht fehlende Features an der Stelle. Weil je komplexer das Problem wird, umso schwieriger wird es, Probleme zu finden. Und man sollte versuchen, bei größerem Projekt diese Komplexität a priori zu vermeiden. schon am besten in der Struktur, in der man arbeitet, damit man hinten raus nicht die Fehler finden muss, die da in einem Wust verursacht wurden. Das war so ein bisschen mein Leitgedanke, wie der Bob entwickelt wurde. Muss ich sagen. Features wurden da immer, wurden da eigentlich nur sehr sparsam hinzugefügt. und meistens ist die Idee, dass alles, was da drin ist, Sinn macht. Dass man nicht irgendwie gewisse Sachen nur auf eine Art kombinieren kann, sondern dass Features orthogonal zueinander sind und dass man nicht überrascht wird von dem Tool. Wird man natürlich trotzdem aber. Selbst wenn man einfach startet, Komplex hinten raus wird es von allein. Das Problem ergibt sich immer. Ja, jetzt zum eigentlichen Tool. Das war so ein bisschen der Prolog, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Warum braucht man denn wirklich sowas? Der Punkt ist, was ist das Bob-Build-Tool? Was ist es eigentlich? Ich glaube, der ganz große Unterschied zu anderen Build-Systemen, die auf Paketebene bauen, und das ist das, was der Bob macht, es ist kein Build-System für einzelne C++-Files. Dafür haben wir C-Make, dafür haben wir jetzt mittlerweile Meson oder auch andere Systeme. die machen das gut, das Problem brauchen wir nicht mehr lösen. Sondern das Problem entsteht ja, wenn wir mehrere C++-Module haben, die zusammenpacken müssen in einem kohärenten System. Und die Idee von Bob ist, sich da eher so wie Make zu verhalten. Die typischen Paketbausysteme bauen Pakete. Sie bauen Pakete, sie installieren Pakete. Und die Idee von Bob ist, das machen wir wie Make. Ich will ein Paket bauen. Ich will was ändern, ich baue es nochmal. Make again. Und um das zu tun, ist der Ansatz erstmal deklarativer Art. Also man schreibt keinen Code. Man schreibt schon Skripte, aber in dem Rahmen, wo man nur Abhängigkeiten definiert, welche Informationen braucht das Paket, welche Tools werden benötigt, wo kommen die her, aber nicht, wie es getan wird. Was getan wird, am Ende sind Bash-Skripte, die aufgerufen werden, wo gesagt wird, ja, Firma Make aus, Firma Configure aus. Das kann man dann beliebig komplex noch gestalten, aber an sich, der eigentliche Tool-Rahmen drumherum ist rein deklarativ. Und vor allen Dingen funktional. Das heißt, wo andere Bildsysteme normalerweise die Abhängigkeiten nur von Paketen angeben und sagen, okay, das muss ich jetzt zusammen installieren, ist der Ansatz von Bob, man baut jedes Paket in einem eigenen Workspace. Und das bleibt da auch. Es wird niemals was, selbst wenn ich fünf Abhängigkeiten habe von einem C++-Modul, die werden niemals zusammen kopiert, sondern die bleiben immer separat voneinander. Und ich verweise nur per CMIC Find Root Path zum Beispiel auf die anderen Module. Da können sich die Abhängigkeiten geholt werden, aber sie bleiben immer separiert voneinander. Und ich habe einen strengen Abhängigkeitsgrafen, der mir immer angibt, wo was herkommt. Wenn ich eine Abhängigkeit nicht angegeben habe, sehe ich sie nicht. Das ist so das Beispiel mal in der Mitte, warum man das eigentlich so ziemlich für alle Sachen, die man da in so einem System halt vorfindet, wenn man so ein Embedded System baut, eigentlich hat. Also wenn man eine Applikation baut, führt man einen Compiler drauf aus, man holt sich Source Code, das ist ein Input, man hat noch ein paar Dependencies, das Input, führt eine Transformation aus, Compiler und dann kommt ein Output raus, ein Executable oder noch eine Library, die wiederum Input für was anderes ist. Das geht dann auch weiter, zum Beispiel, wenn man so ein Linux-System hat, hat man typischerweise so eine Innet-RAM-FS, von dem das System bootet. Das ist einfach nur ein CPIO-Archiv, wo gewisse Executables drin sind, die ich vorher auf dieselbe Art gebaut habe. Das heißt, auf einer Paketebene ist das Problem schon sehr viel einfacher, wie es zum Beispiel ein CMake zu lösen hat. CMake muss ich mit einzelnen Dateien rumschlagen, Compiler-Flags, ganz verschiedene Arten. Auf der Paketbau-Ebene ist das relativ einfach. Ich habe da ein paar Files, da ein paar Files, da ein paar Files, die als Pakete, das ist der Input, verarbeite ich, kommt ein neuer Output raus. Und das Ziel von Bob ist im Prinzip alles, was zum Ergebnis beiträgt, zu erfassen. Nicht nur, wo kommt der Source-Code her, sondern auch, welche Tools habe ich verwendet. Am besten lege ich meinen Compiler drin ab. Und im besten Fall kann ich noch mein Host-System kontrollieren. Das ist ein wichtiges Feature von Bob, die Sendbox, wo die Container-Funktionalität, die unter Linux vorhanden ist, User-Name-Spaces, genutzt werden, um sogar das Environment, in dem ich baue, mit zu kontrollieren. und dieses Environment ist genauso in den Rezepten, die wir gleich sehen werden, mit abgelegt, sodass ich alles, was in den Bau eingeht, in einem kohärenten System abbilden kann. Die Grundlage ist halt einfach Bash-Skripte, die ich auf eine kontrollierte Art und Weise ausführe und das halt immer in separaten Verzeichnissen halte, damit ich niemals Artefakte miteinander vermische. Und wie schon mehrfach genannt, die Rezepte, die das für das gesamte Projekt abbilden. Dass man eine zentrale Beschreibung für alles hat. Jetzt mal so ein kurzer Einblick, wie so ein Paket eigentlich in Bob gebaut wird. Es sind immer drei Schritte. Das ist sozusagen, andere Bildsysteme bieten da viel mehr Schritte, da kann man neue Schritte definieren. Das gibt es beim Bob explizit nicht. Weil im Prinzip läuft es immer in drei Schritten ab. Ich brauche erst mal Input. Das ist der Checkout-Step. Der arbeitet in einem Source-Workspace. Da kommen die Sourcen rein. Der steht für sich erst mal allein, zumindest im ersten Paket. Das heißt, ich kann ein oder mehrere Git-Module auschecken, vielleicht laufe ich einen Tarball runter, apply vielleicht noch einen Patch und dann habe ich meine Sourcen. Der nächste Schritt ist dann der Bildschritt. Da würde ich halt CMake aufrufen, Make, Maison, whatever, um das eigentliche Paket zu bauen. Da entstehen ja typischerweise ganz viele Intermediate-Files. Die bleiben da alle in dem Workspace. Und das Paket brauche ich natürlich nicht nur alleine. Ich brauche da einen Compiler dafür. Ich habe vielleicht irgendwelche Dependencies. Die kommen wiederum aus dem Dist-Folder, was das Ergebnis von Package-Step ist, der gleich kommt. Das ist das Ergebnis von anderen Paketen, die ich gebaut habe. die kommen dann mit dazu. Auf die habe ich Zugriff während dieses Bildschritts. Und da kann ich dann mein Paket den eigentlichen Inhalt bauen. Währenddessen haben wir mal angedeutet die Sandbox, die da sein kann oder nicht da sein kann, wo ich mein Environment, in dem das alles stattfindet, definieren kann. Und ich habe halt Environment-Variablen. Das sind die klassischen Environment-Variablen, die man gesetzt haben kann. Wie die kontrolliert werden, werden wir auch gleich sehen. Nachdem wir das jetzt alles gebaut haben, der Compiler ist gelaufen, tausende von Object-Files, ein Executable am Ende, wollen wir natürlich nur noch das rauskriegen, was wir wirklich am Ende haben wollen. Und das macht dann der Package-Step. Die Idee ist halt, das ist so eine Art Filterfunktion praktisch. Man extrahiert sich das, was man vom Bauen braucht. Das es unter Umständen manchmal auch mehrere Package-Steps geben kann, weil man halt klassische Linux-Distrie, man baut ein Develop-Paket, da sind die Header drin, die andere Libraries dann wieder anziehen können. Oder ich habe halt das Binär-Paket, was am Ende auf dem Target installiert wird, wo dann nur noch ein Executable drin ist oder ein Shared-Object. Aber sowas wie statische Libraries halt nicht. Nach dem Package-Step, dem Schritt in Schritt, hat man halt das Ergebnis im Dist-Folder und das ist wirklich das Ergebnis vom Paket. Und das kann halt wiederum Input für andere Pakete sein. Wie gesagt, bleibt alles separat voneinander. Der Bob setzt voraus, dass der Bildschritt deterministisch ist. Das ist eine Annahme, die sollte man besser nicht verletzen. Ansonsten wird man sich halt wundern, warum gewisse Sachen nicht gebaut werden. Das ist normalerweise auch eine ganz valide Annahme, wenn ich dasselbe Tool verwende mit demselben Input, sollte normalerweise dasselbe Output rauskommen. Dasselbe gilt halt für den Package-Step. Der sollte genauso deterministisch sein. Und diese Annahmen werden halt von Bob benutzt, einfach um dieses Make-Feeling, dass ich halt einfach Pakete nochmal bauen kann, werden halt benutzt, um zu sagen, um rauszufinden, naja, muss ich jetzt wirklich dieses Paket nochmal neu bauen? Wenn sich der Input nicht geändert hat, muss ich es nicht neu bauen, weil es ist ja an sich deterministisch. Das ist zumindest die Idee. Das trifft halt nicht für eine Checkout-Step zu. Also nicht immer. Wenn ich von einem Tech auschecke, wahrscheinlich schon. Wenn ich allerdings eine Branche auschecke, ist das nicht deterministisch, weil der Kollege checkt gerade was ein. Ich fülle den Checkout-Step nochmal aus, geht Pull, dann habe ich ein anderes Ergebnis. Da hört es halt so ein bisschen auf, das bleibt halt funktional, aber natürlich halt nicht ganz deterministisch. Diesen Teil versteht der Bob allerdings. Also das ist wirklich eingebaut, wenn ich von einem Branche auschecke, wenn ich mache das nochmal, wird ein Git Pull aufgerufen. Wenn ich von einem Tech auschecke, brauche ich nicht nochmal aufrufen. Das sind die drei Schritte, die immer ausgeführt werden. Die stehen am Ende auch im Rezept und mehr ist es eigentlich nicht. Das ist die ganze Kernidee vom Bob, wenn man es mal runterbricht. Ab da wird es dann beliebig kompliziert. Da kann man jetzt Features dranpacken. kann das auch mit verschiedenen Modis machen. Aber im Grundprinzip sollte es immer so bleiben. Das ist die Idee. Wie sehen Rezepte auf einer High-Level-Art aus? Das ist praktisch das ganz linke Bild. Die bilden eigentlich nur so einen gerichteten adzyklischen Graphen. Also so ein Paket kann auch mehrfach referenziert werden untereinander. Das ist kein Problem. was halt der Bob intern macht, ist, er geht den gesamten Dependency-Graphen ab. Und jedes Rezept ist, wenn man so will, eine Funktion, die bekommt als Input Environment Variablen, Tools, Dependencies, die man angegeben hat und die werden verarbeitet. Das sollte halt deterministisch sein. Also die Transformation sollte schon deterministisch sein. Der Input muss es nicht sein. Und an sich kommt ein Result raus, Results sind die Files. So ein Rezept kann neue Environment Variablen definieren, es kann Environment Variablen überschreiben, die gelten dann für die Defendencies, die drunter sind, aber nicht die, die drüber hier, die referenzieren. Man kann Defendencies providen, das ist ein Spezialfeature, das muss man jetzt nicht beleuchten, oder so ein Rezept kann auch eine Sendbox selber definieren, die wiederum dann nachher beim Bauen von anderen Paketen verwendet wird. Jetzt wird der gesamte Abhängigkeitsgraf abgegangen und jedes Rezept definiert, welche Tools es benötigt. Es können ganz viele Tools definiert sein, aber das Rezept braucht halt nur einen C-Compiler oder einen C++ Compiler, aber nicht den Java Compiler. Es braucht gewisse Environment Variablen, also ein Subset von dem, was definiert ist, und das war es eigentlich so. das Wichtigste. Jetzt wird halt abgegangen und dann wird halt geguckt, was ist denn am Ende dasselbe. In dem Fall als Beispiel mal das Paket E, was jetzt dreimal referenziert ist, könnte man jetzt annehmen, dass das dieselben Varianten sind, dann wird das nur genau einmal gebaut. Das Rezept C könnte aber zum Beispiel eine Environment Variable anders definieren, die allerdings vom Rezept E verwendet wird. Dann würde das eine andere Variante darstellen. Es kann auch sein, dass C einen anderen Compiler anzieht oder einen Compiler definiert. Ich nehme jetzt einen völlig anderen Post-Compiler. Dann würde das Paket E in einer anderen Variante gebaut werden, zum Beispiel für den Host. Dann entstehen praktisch einfach durch die Art, wie man durch den Abhängigkeits-Graf geht, andere Varianten von Paketen. Es sind dieselben Rezepte, sie werden aber über andere Pfade referenziert, wo gewisse Tools oder Environment-Variablen anders gesetzt sind und dadurch entstehen andere Varianten. Das ist der Kern vom Varianten-Management im Bob, was wir zumindest bei uns relativ exzessiv benutzen, weil wir ca. 50 Varianten bauen müssen für Geräte in allen möglichen Formen und Farben eigentlich. Wie sieht so ein Rezept aus? Das ist relativ einfach, YAMMLE. Alle Welt nimmt YAMMLE, also ziemlich alle Build-Tools, die ich jetzt kenne, nehmen das auch. Die einzelnen Schritte werden da drin beschrieben, die Abhängigkeiten und welche Tools und Environment-Variablen verwendet werden. Wir können es aber von oben durchgehen. Mit Checkout SCM sagt man halt, was man haben will. In dem Fall will man eine Git-URL auschecken, welchen Branch will man haben. Das kann in dem Fall auch eine Liste sein, man kann auch mehrere Module auschecken oder mehrere Git-Repositoris auschecken. Das kann man beliebig groß gestalten an der Stelle, es darf halt nur nicht kollidieren. Also man kann jetzt nicht mehrere Git-Repositoris oder in einem Verzeichnis auschecken, man kann auch nicht noch ein Target-Set dazulegen, das muss schon separiert sein. Als nächstes der Bildschritt sozusagen, welche Environment-Variablen will ich denn beim Bauen gesetzt haben? Environment-Variablen, die da drin nicht jetzt definiert sind, sind beim Bauen nicht gesetzt. Das heißt, in meinem Host-Environment kann ich hunderttausend Environment-Variablen gesetzt haben. Beim Bauen sind nur die gesetzt, die da angegeben sind. Die kann ich auch in den Rezepten noch definieren. Ich kann sie überschreiben, kann sie umdefinieren, kann auch anderen Rezepten noch Environment-Variablen zur Verfügung stellen. Das macht zum Beispiel typischerweise einen Compiler, in dem man die CC-Variable festlegt. Wie heißt mein Cross-Compiler? Aber das Subset an Environment-Variablen, was während des Ausführens des Bild-Skripts gesetzt ist, das steht da. Welche Tools verwende ich? In dem Fall eine Tool-Chain, das ist bei uns so die Konvention, wie wir Tool-Chain nennen, das heißt einfach Tool-Chain, kann auch ein Java-Compiler sein, kann ein Device-Tree-Compiler sein, Make, CMake, theoretisch auch. Ist jetzt halt nicht so elaboriert das Exempel hier, aber muss es auch nicht sein. Diese Tools sind dann halt verfügbar und mehr nicht. Diese Tools werden normalerweise auch in Rezepten definiert. Man kann natürlich jetzt trotzdem auf sein Hostel-Variament darauf zugreifen. Das steht einem frei, aber dann verliert man natürlich den Vorteil von Bob, dass man das alles konfigurieren kann und auch nachvollziehbar machen kann. Und zum Schluss das Package-Skript, was einfach nur noch das Make-Install durchführt. Das ist mal so ein Minimalbeispiel von dem Paket, wie es aussehen kann und könnte und wie es auch glaube ich mal ausgesehen hat. Also das hat es wirklich mal gegeben. Und viel komplizierter wird es eigentlich nicht. Gewisse Sachen, gerade wenn man so ein Make- und Configure, also wenn man so etwas wie Configure hat, kann man noch in Klassen auslagern, wo man sozusagen Rezept-Templates definiert, damit man einfach sich den Boiler-Plate-Code erspart. dass man nicht jedes Mal das Configure in allen Varianten aufrufen muss mit Host und Target, Bild-Host und Target. Das muss man nicht wiederholen, das ist eh überall dasselbe. Das kann man in eine Klasse auslagern, die stellt dann die Funktionalität bereit und hier sagt man nur noch, was man wirklich bauen will. Das ist jetzt hier nicht verwendet, aber sehen wir nachher in der Demo. Ja, ein paar Annahmen müssen wir trotzdem treffen. Die können halt manchmal etwas schmerzvoll sein, aber sie sind notwendig, damit das gesamte System eigentlich funktioniert. Das erste ist, Pakete sind verschiebbar. Der Bob kann halt auch binär de facto, einfach damit man sich das Kompilieren bei sich spart, wenn es schon mal der Jenkins-Server gemacht hat. Damit das funktioniert, muss so ein Paket-Artefakt, was rausgekommen ist, das wird in einem völlig anderen Workspace auf einem Jenkins gebaut wie lokal. Damit ich es aber wiederverwenden kann, muss die Annahme sein, dass ich es verschieben kann. Das ist normalerweise bei C++-Modulen überhaupt kein Problem. Bei einer Yocto-Toolchain ist es ein Problem. Die ist an den Installationspfad gebunden. Der Bob versteht das auch, man verliert halt ein paar Features dann, wenn das so ist. Aber normalerweise sollte man das halt so halten, dass das Ergebnis verschiebbar ist. Das gilt halt explizit nicht für einen Bildschritt. Das ist wirklich nur das Ergebnis. Wenn ich einmal CMake ausgeführt habe, ist das an den Bildordner gebunden. Den Bildordner kann ich bei CMake zum Beispiel nicht verschieben. Macht auch keinen Sinn. Ich baue das ja in, ich checke es aus, ich baue das, da kommt ein Ergebnis raus. That's it. Nur das Ergebnis muss ich verschieben können. Nächste große Annahme, die nicht verletzt werden darf, ist halt, dass jeder Schritt nur sein Arbeitsverzeichnis verändert. Das kann manchmal ein echtes Problem sein. Gerade bei CMake tut man sich manchmal ganz schnell damit, dass man aus Versehen gewisse Sachen im Source-Verzeichnis generiert. Wenn man wie beim Bob out of tree im Normalfall baut, verändert man während des Bauens natürlich seine Sourcen. Dann haue das ganze inkrementelle Bauen natürlich nicht hin, weil der Bob hasht den Source-Tree, um nachher bestimmen zu können, hat der Nutzer die Sourcen verändert, muss ich es nochmal bauen. Wenn das natürlich passiert, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, verletze ich damit die Annahme. Wenn ich in der Sandbox baue, wird das durchgesetzt. Wenn in der Sandbox, wie es genau funktioniert, komme ich noch dazu, können wir sicherstellen, dass das nicht passieren kann. Da sind meine Sourcen definitiv nur Read-Only. Und die dritte große Annahme ist natürlich das Tools deterministisch arbeiten. Cut Defrendum sollte man aufpassen. Der Bob führt den Schritt nicht nochmal aus, wenn es nicht sein muss, wenn sich der Input geändert hat. Im Normalfall ist das halt gegeben. Was haben wir denn für Features? Wie funktioniert das Ganze? Wir haben nachher noch eine kleine Demo, wo wir so ein kleines Projekt mal bauen. Man kann halt lokal bauen. Das ist für den Entwickler gedacht. Das ist mal auf der linken Seite und das nächste große Feature ist halt, dass man auch auf Jenkins bauen kann. Und nicht im Sinne von ich lege mir einen Jenkins Job an und schreibe da rein Bob Build dieses und jenes Paket, sondern ich nehme die Rezepte und sage da drüben müssen Jenkins setz mir mal alle Jobs auf, um dieses Projekt zu bauen oder auch nur ein Teil des Projekts. Diese Jobs, die man hier sieht, die hat niemand manuell angelegt. Die wurden automatisch erstellt. Und der Inhalt dieser Jobs entspricht genau den Rezepten, die man definiert hat. Wenn man die Rezepte ändert und man pusht nochmal die Rezepte auf den Jenkins, werden die Jobs geupdatet und entsprechen genau dem Stand, den man an den Rezepten hat. Das muss man nicht anfassen. Man kann es erweitern, man kann Bob Plugins schreiben, um gewisse Jenkins Plugins noch dazu zu definieren, um den Job nach zu bearbeiten. Auch von der Grundstruktur her wird es von Bob bereitgestellt. Das nächste große wichtige Feature auch für uns ist lineare Fakte. Wenn man so ein großes Infotainment System baut, was mehrere Gigabytes installiert, macht es meistens wenig Spaß, das manuell zu bauen. auch wenn man größere Applikationen baut, wenn man jetzt nur einen Teilaspekt davon verändert. Eine große Applikation besteht auch aus vielen Paketen. Viele Libraries, manche Open-Source Komponenten, die ändern sich ja nicht. Diese Artefakte kann er in einem Repo ablegen und ich kann einfach bei mir lokal bauen, nehmen wir die Rezepte, da ist der Artefakt Server schon konfiguriert dahinter, steht da schon in den Rezepten drin und alles was passt, wird runtergeladen, was nicht passt, wird gebaut. Das geht dann halt so weit, dass ich die Quellen ändern kann. Wenn ich den Quellcode ändere, passt das Artefakt nicht mehr, dann würde ich es bauen, revirt ich die Änderung wieder, passt wieder ein Binear-Artefakt, kann ich es wieder runterladen. Deswegen ist das eher so als Cache zu betrachten, das ist jetzt nicht so, wie man sich so ein Debian Package Repo vorstellen muss, sondern das ist eher wirklich ein Cache, man hat mal was gebaut und man kann diesen Cache re-usen. Dann kann man inzwischen Nutzern re-usen. Der typische Anwendungsfall ist allerdings, dass ein Jenkins das baut und da halt den Artefakt-Repo befüllt und man tut es lokal nutzen. Auch andere Jenkins können natürlich diese Artefakte benutzen, aber meistens sind es die Nutzer selbst. Der Setup-Overheit ist typischerweise echt gering, also auch eigentlich das Klassische ist halt, man hat einen Nginx, der halt irgendwie als WebDAV konfiguriert ist, dann gibt man Bob noch die URL und das war's schon. Dann kann schon losgehen. Jetzt hatte ich schon über die Sandbox geredet. Die große Idee ist da die Linux Container Technologien mal in so ein Build-Tool zu gießen. Das ist jetzt auch keine neue Idee an der Stelle. Die Hälfte des Codes davon ist von Bazel geklaut. Nein, probiert. Ist ja Open Source. Aber Linux macht es an der Stelle extrem einfach. Es gibt halt User Namespaces, wo ich mich auch ohne Root-Rechte in eine Change-Root-Umgebung stellen kann und wo ich auch ohne Root-Rechte Bind-Mounts machen kann. Und ab da ist es extrem simpel. Ich konfiguriere mein Rezepten einfach in Basis-Image. Das kann ich mit der Bootstrap zum Beispiel selber bauen. Da ist nur das drin, was ich haben will, mehr nicht. Das packe ich in den Target-Set und kann das per Checkout SCM in dem Rezept auschecken und als Sandbox im Bob zur Verfügung stellen. Ab da ist die Sandbox konfiguriert und wenn ich sie nutzen will, wird das einfach als Basis-Image genommen. Dann werden die wenn ich ein Paket baue, wird der Workspace read-writeable gemounted. Alle Abhängigkeiten werden read-only gemounted und der Rest ist gar nicht sichtbar. Dass ich ein ganz kontrolliertes Environment habe, in dem ich jetzt den einen Bildschritt ausführe, da läuft mein Compiler und danach gehe ich zum nächsten Paket. Das Schöne ist, das ist so leichtgewichtig, das merkt man gar nicht. Das hat praktisch null Overhead und das stellt mir extrem gut sicher, dass ich alle meine Dependencies unter Kontrolle habe und dass es an sich reproduzierbar ist. Kann man immer noch viel falsch machen, man kann immer noch unterstrich unterstrich date in seinen Source Code schreiben, dann ist es nicht reproduzierbar, binär zumindest, aber vom Inhalt halt meistens schon. Und das nächste Wichtige ist halt zum Beispiel so ein Configure Script wird sich in so einem Environment immer gleich verhalten. Nutzt Standard Technologien, wie gesagt, man merkt es eigentlich gar nicht. Das nächste Schöne ist halt, wenn man das nutzt, so ein Jenkins, der braucht halt gar nichts Spezielles an der Stelle. Man kann sich viele Jenkins Slaves holen, auf was die laufen, ist eigentlich fast egal, solange da die Sandboxes funktionieren. Die Voraussetzungen dafür sind relativ minimal. Man verweidet halt sehr effektiv diese Snowflake Systeme, wo man mal ein Jenkins installiert hat, 30 Plugins, das eine nicht, das andere in der Version. Man baut auf dem Buildslave, das läuft halt noch auf der alten Debian Distro, den anderen laufen schon auf der neuen und auf einmal verhalten sich Pakete anders, einfach weil sie mit einem neuen Make daherkommen oder das CMake halt geupdatet wurde. Das kann man da sehr effektiv vermeiden. Die restlichen Features nur mal kurz angerissen. Für uns interessant halt ein Audit Trail, es steht an jedem Biniardefakt dran, wo es, wie es, wann es, von wem es gebaut wurde und wenn ich nachher das gesamte System gebaut habe, habe ich da einen Audit Trail über alle Bauten. Das kann über den Jenkins sein, auch wenn jemand lokal gebaut hat. Das wird über die gesamte Bildkette hinweg erfasst und ich weiß, kann nachher reingucken, dieses Git-Repo, war das dirty, in welcher Version habe ich es ausgecheckt, was war der commit, welche Rezepte habe ich verwendet. Ist halt ziemlich cool, wenn man Nightlys baut oder Continuous baut, kann man nachher am Artefakt selbst sehen, wie es gebaut wurde. Da muss man nicht mehr rätseln am Ende. Wir haben IDE-Support, Qt Creator Eclipse, kann man auch erweitern. Es gibt eine Plug-in-Schnittstelle dafür, wo man noch weitere IDs anbinden muss. Man muss sich halt diese IDE-Files generieren einfach. Man kann den Paket Graph visualisieren. Dort ist eher ungeeignet, also zumindest wenn man mehr als zehn Pakete hat. Und zehn Pakete hat man noch im Kopf. Ab 20 wird es unübersichtlich. D3 ist halt mit HTML kann man schön im Browser reinzoomen, klicken und das auch auf den Teilbereich beschränken, den man sich angucken will. Das macht es schon sehr viel zugänglicher. Ein weiter unterschätztes Feature ist ein Paket Query Language. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat so wie wir das bei uns haben so tausend Pakete, tausend Rezepte, die einen etwas größeren Graphen bilden, wo auch noch unterschiedlichste Varianten von den Paketen entstehen, je nachdem für welche Zielplattform ich baue, baue ich für einen Host, für Target, für welche Art von Target, kann ich über den Paketpfad, den ich angebe, wenn ich bauen will, kann ich mit fast beliebigen Abfragen das Paket selektieren, kann mit Wildcards arbeiten, ich kann sagen, baue mir Pakete, Abhängigkeiten zu diesen Paketen haben, oder dieses Git Repo auschecken, oder wenn ich es erfasst habe, in meinen Rezepten, die GPL sind, das ist so eine X-Path-like Syntax, ziemlich mächtig, SCMs, Git, SVN, CVS, URL ist in dem Fall kein echtes SCM, weil wird nichts wirklich verwaltet, aber das ist das klassische, wie man an Open Source rankommt, man lädt einfach ein paar Gezet runter, entpackt das, that's it. Es gibt wie gesagt eine Plugin-Schnittstelle, kann man gewisse Sachen erweitern, es geht nicht alles, da wo es Use Cases gab, gibt es eine Plugin-Schnittstelle, kann man aber erweitern, also da bin ich extrem offen, was man da tun kann, und der Bob funktioniert auch, ich würde mal sagen, leidlich, unter Windows, mit MSYS 2, habe ich selber jetzt noch nicht benutzt, ich weiß, dass die Kollegen da bei uns machen, vielen Dank an Ralf, der hat die Schmerzen durchlitten, ja, das funktioniert da auch, das Problem ist halt eher so, die Rezepte sehen dann meistens ein bisschen anders aus, wenn man mit Windows-Compilern baut und geht es jetzt hier auch unter Linux sieht meistens ein bisschen anders aus, das Bedeutelstens dann, wenn man den Visual Studio Compiler verwenden will. Ja, jetzt habe ich viel erzählt und meine Idee war jetzt, machen wir eine kleine Demo, ich habe da mal was vorbereitet, genau, so, wir sind jetzt hier in so einem Projekt, diese Bob-Tutorials gibt es auch auf Github, das Sandbox-Example habe ich jetzt an der Stelle mal erweitert, einfach um mehr Features zu zeigen, das klassische Directory-Layout sieht halt so aus, dass man zu Classes, wo der gemeinsame Teil drin ist, den man auslagern kann, Overrides, das nehmen wir jetzt mal hier gerade nicht, und Receipts, da sind die Rezepte drin, diese Struktur gilt es einzuhalten, was der Bob noch erwartet, oder optional erwartet, ist eine Config-Jummel, da steht der Teil drin, den der Nutzer nicht verändern sollte, in dem Fall relativ wenig, nur wir brauchen einen Bob 0.15, den gibt es noch nicht, also der GitHub-Master-Branch meldet sich schon als 0.15, aber ist noch nicht released, nichtsdestotrotz können wir die Features natürlich schon nutzen, in der Default-Jummel der Name sagt eigentlich schon, sind so gewisse Defaults drin, in dem Fall, so wie das Beispiel auf GitHub ist, ist da so ein Archiv definiert, wo man was runterladen kann, und das Include-User ist ganz nett, die User-Jummel steht in der Gitignore, da kann man als Nutzer für dieses Projekt Sachen überschreiben, das heißt, das wird nachdem dieses Fall gepasst ist, wird das inkludiert, und in dem Fall, einfach, damit es mal schneller geht, habe ich die, hoppala, da ist was abgefallen, die, die URLs überschrieben, das ist ein Feature, was man drin hat, die SCM-Override, wo man praktisch beliebig die SCMs, die man in Rezepten definiert hat, ersetzen kann. In dem Fall habe ich einfach einen lokalen Mirror mitgebracht, weil das wusste ich nicht, ob ich jetzt ein Netzwerk habe. Danach habe ich das Archive überschrieben, da wo die benährten Fakten zu finden sind, das hat jetzt auch lokal umgebogen. Und damit das funktioniert, habe ich gesagt, in der Sandbox will ich noch folgenden Pfad gemountet haben, damit das halt auch geht. So, mehr ist da eigentlich gar nicht dazu. Und wenn man sich das mal anguckt, es gibt halt BobLS minus R für Recursive U ist unsorted, dann sieht man es halt, in welcher Reihenfolge das in den Rezepten definiert ist. In dem Fall haben wir zwei Root-Rezepte, da geht sozusagen das Parsing sozusagen los. Es gibt halt ein Host-Environment und V-Express steht für Versatile-Express, das ist eine Demo-Plattform von Arm. Die kann man halt auch in QA immer ausführen, deswegen ist es ein gut dankbares Beispiel. In dem Fall sieht man halt, man hat eine Sandbox definiert, der BN Arm 64, eine Host-Toolchain, die ist eigentlich in einem Sandbox-Image oder bei sich selbst natürlich installiert. Da wird eigentlich nur gesagt, ja, wir verwenden hier den GCC. Da steht nicht viel drin. CMake, CMake habe ich in dem Fall selbst konfiguriert, das wird als Target-Z runtergeladen und hier sieht man schon den Unterschied, wenn wir für Versatile-Express bauen, nehmen wir halt eine andere Toolchain. In dem Fall bauen wir für Armv7. Auch mit CMake. Damit man so ein Linux-System booten kann, braucht man eine Innetram-FS, hatte ich schon mal erzählt. Die Innetram-FS besteht halt aus einem Boot-FS, da muss eine Lib-C rein und in dem Fall eine Busybox und einem Linux-Image. Vielmehr braucht es eigentlich nicht, um so ein Embedded-System zu booten. Wir wollen mal nebenbei den Jenkins starben, damit ich nämlich ein bisschen während das dann kompiliert schon mal noch was weitererzählen kann. Das heißt, wir nutzen jetzt einfach mal einen Jenkins, der jetzt nebenbei läuft. Moment, da könnte man eigentlich hier mal als Beispiel ... ... ... Dann müsste er eigentlich auch schon da sein. Der ist jetzt noch jungfräulich, da gibt es keine Projekte drin. Ein paar Plugins braucht man so eine Handvoll, die sind jetzt da schon installiert. Genau, da wollte ich hin. Um so ein Jenkins zu benutzen, habe ich das Kommando Bob Jenkins. Ach, verdammt. Der ist schon... Den gab es schon. So, den legen wir jetzt aber nochmal an. Mit Bob Jenkins kann ich sagen, wo habe ich denn einen Jenkins und wie will ich ihn nennen? In dem Fall nenne ich ihn mal wieder local. add local host halt 8080 Dann sagen wir noch, was wir bauen wollen. In dem Fall halt mal sowohl den Host, man hat halt auch Auto-Completion an der Stelle schon. Da muss man sich nicht wieder merken, wo man denn war. R steht für Root in dem Fall. Das Wörterteil Express-Beispiel wollen wir auch bauen. Wir wollen den ganzen Jenkins-Jobs, die heißen normalerweise so, wie die Rezepte heißen, die wollen wir jetzt aber mit dem Präfix versehen, damit wir sie theoretisch unterscheiden können. Und wir wollen vor allen Dingen, dass binärte Fakte geuploadet werden und damit es schneller geht, wollen wir nicht auch, dass sie gedownloadet werden. That's it. Mit Bob-Jenkins-Push kann ich das einfach hochladen. Jetzt wird einfach über die Rest-API werden die Jenkins-Jobs angelegt. so konfiguriert, wie es in den Rezepten angegeben ist. Wo ist er hin? Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da ist er. Genau. Der 5. Und dann baut er Jenkins schon. Und alles, was er jetzt baut, wird schon ins binärte Fakt-Repo hochgeladen. Wenn man in so eine Jobs reinguckt, die sehen teilweise interessant aus. Der echte Inhalt, da sollte man, man sollte normalerweise in die Rezepte gucken. Der Source ist in dem Fall an und weil es halt nicht in einem Git-Repo gespeichert hatte, die Sourcen jetzt. Normalerweise, wenn ich meine Rezepte in einem Git-Repo verwalte, steht da die Git-Revision, die ich ausgecheckt hatte. Man sieht, was da drin steht. Wenn man jetzt mal reinguckt, was in so einem Job passiert, das ist relativ viel. Der wichtige Teil eigentlich ist, da wird nicht selbst der Bob ausgeführt, sondern das, was beim Bauen gemacht werden soll, steht da wirklich als Shell-Skript drin. Das wird aus den Rezepten genommen. Da gibt es natürlich noch ein bisschen Garnierung ringsherum. In dem Fall ist das das ganze Sandboxing, was man hier sieht. Aber das wird direkt auf dem Jenkins ausgeführt. Genau, so langsam sollte der auch fertig sein. Sodass, wenn ich jetzt mal wieder lokal hingehe und mal lokal bauen will, sollte das jetzt relativ zügig gehen. Es gibt zwei Modi. Das eine ist Bob Dev, das ist für den Entwickler gedacht, wo ich Source-Code ändern kann, relativ zügig bauen kann, wo meine Source-Workspaces inkrementell geupdatet werden, wenn der Branche geswitcht wird, wenn neue Varianten dazukommen. Es gibt noch den Modus Bob Build, der ist gedacht eher für den Integrator, der sicher gehen will, dass wirklich das Korrekte gebaut wird. Da wird immer clean gebaut, nicht inkrementell. Wann immer sich was ändert, wird ein frischer Workspace genommen. Es werden keine Workspaces reused. Wenn sich die Sourcen ändern, Workspace weg, alles neu auschecken. Ist als Entwickler doof, wenn ich als Integrator sicher gehen will, dass alles richtig gebaut wird, schon wichtig. In dem Fall bauen wir es einfach mal. Wir bauen mal das V-Express. und jetzt haben wir gerade ein Linux Image gebaut. Gebaut haben wir es natürlich nicht wirklich, das hat gerade der Jenkins getan. Das haben wir jetzt einfach runtergeladen. In dem Fall wo ist meine Maus? Da ist sie. Wenn man da jetzt mal reingeht. Das Ergebnis ist so ein QEMO Image, was man ausführen kann. Start QEMO. Das ist gerade ein Kernel, den wir gerade gebaut haben und gerade auch in Busybox, was dazu passt. Der interessante Teil fängt jetzt eigentlich an, wenn man jetzt mal was hinzufügen will an der Stelle. Ich habe da mal was vorbereitet. So ein einfaches C++ Beispiel, in dem Fall so ein 2048 GEM. Das ist relativ einfach. Wird mit CMAQ gebaut, gibt es einfach als mit ohne weitere Dependencies. Das können wir uns einfach mal nehmen und fügen mal ein Rezept hinzu, um das zu bauen. Als erstes müssen wir das Rezept anlegen. Das nennen wir einfach mal 2048 CPP wie es auf GitHub auch heißt Jammel Wir holen uns die Soßen aus Git aus der GitHub URL Da es ein CMAQ Projekt war und ich schon total faul war habe ich mir eine CMAQ Klasse geschrieben die so diese ganzen Dirty Details wie man CMAQ aufrufen Make und so weiter und auch eine Cross Toolchain wie man die Hand hat mit dem CMAQ Toolchain File ist immer dasselbe das haben wir schon in der CMAQ Klasse ausgelagert und die holen wir uns einfach rein können wir uns ja mal angucken die liegt in der Klasse CMAQ so eine Klasse ist nichts anderes als ein Rezept nur halt das Template kann genauso diese ganzen Sachen definieren wie es ein Rezept auch macht und es wird im Prinzip wenn ich so eine Klasse erbe einfach gemircht in dem Fall brauche ich halt als Tool ein CMake ich brauche eine Target Toolchain in dem Fall das kann der Host sein das kann eine Cross Toolchain sein was sich dahinter verbirgt ist dem Rezept egal ich brauche aber eine Toolchain wo ich C++ übersetzen kann mehr brauche ich da nicht ich brauche das CMake Toolchain File wenn es dann gesetzt ist und das Bild Skript in dem Fall definiert nur eine Shell Funktion wo halt so jetzt den kann ich einfach nutzen und kann hier halt einfach reinschreiben Bildskript das fängt halt so ein Block Text an und kann reinschreiben CMake Bild All that's it so sieht typischerweise ein CMake Rezept aus und total langweilig das Package Script CMake Package Target normalerweise gibt es noch CMake Package Dev was die Header erhält in dem Fall habe ich war ich mal faul und habe einfach nur CMake Package Target definiert eine echte CMake Klasse sieht dann doch noch ein bisschen umfangreicher aus so that's it mehr braucht es eigentlich nicht um ein C++ Programm zu bauen an der Stelle ja wir sehen es noch nicht der Punkt ist in Bob fängt das Parsing immer in den Root Rezepten an und nur was in Abhängigkeiten definiert ist ist auch baubar weil nur über den Abhängigkeits Pfad wird sozusagen festgelegt wie es denn gebaut werden kann wo sind Tools definiert welche Environment Varianten sind gesetzt und deswegen müssen wir an der Stelle erstmal noch das neue Rezept eintragen damit wir es auch bauen können das ist das Host Rezept das definiert bis jetzt nur welche Sandbox verwendet werden kann Tool Chains die wir so haben und jetzt nehmen wir einfach mal das mit dazu und schon taucht es an der Stelle auf um das zu bauen wir sind jetzt Entwickler machen wir einfach Bob Dev Post um dann halt die Applikation die Pfade können manchmal ziemlich lang werden man kann auch Aliase definieren es kommt dann immer auf die Rezept Struktur an die man vor sich hat und weil wir es schnell haben wollen machen wir parallel und dann wird es auch schon gebaut das ging natürlich schnell weil ich einen lokalen Mirror hatte ich muss jetzt nicht von GitHub fetchen was man sieht ist dass die Toolchain an der Stelle zum Beispiel schon fertig vorlag sodass man die einfach nur auspacken musste die Host Toolchain das CMake hat man noch nicht da das muss man runterladen das muss man fertig machen dann wurde gebaut gepackaged fertig und das ist jetzt schon unter dem Ordner den man da sieht userbin 2048 kann man spielen der interessante teil ist wenn ich jetzt dasselbe ding einfach nochmal fürs arm target neu kompilieren will normalerweise müsste ich jetzt wenn ich das manuell machen würde ich muss eine Toolchain ranholen muss das configure nochmal neu aufrufen und so weiter in dem fall editieren wir die initramfs wo ja alles drin ist was linux initial bootet und zur busybox schreiben wir noch das 2048 cpp mit dazu wir wollen das noch mit in die initramfs aufnehmen und der clue ist jetzt dadurch dass ich das in initramfs reingeschrieben habe und dass die initramfs unter dem versatil express root rezept runter ist wo der andere compiler definiert wurde nämlich an der stelle jetzt einen anderen compiler einfach weil es unter einem anderen abhängigkeits war drunter war jetzt können wir das vorexpress einfach nochmal neu bauen und jetzt beginnt der interessante teil eigentlich das jetzt obwohl ich jetzt lokal baue das linux image trotzdem einfach runter geladen wird weil daran haben wir nichts geändert das passt immer noch die spizzy box passt genauso noch allerdings das 2048 das muss ich natürlich neu bauen danach muss ich eine neue innentramme fest zusammenpacken und das ergebnis image bauen und jetzt habe ich zum schluss in dem ordner versatile express wieder die run punkt sh die wir ganz am anfang schon mal gebaut hatten in der ich 2048 drin finde in dem rezept selbst wie gesagt hat man nichts davon gesehen das war einfach nur unter welche abhängigkeit ich das runter geschrieben habe was wollte ich noch erzählen genau witzig wird es jetzt halt wenn ich es nochmal bauen will ich habe jetzt im ersten Schritt noch nichts geändert ich sage baue das nochmal neu das waren jetzt natürlich wenig sourcen aber ich habe nichts geändert ich muss nichts bauen in Bob ist es vollständig erlaubt obwohl es jetzt Pakete und ein Paketbausystem ist dass ich die Sourcen ändere beliebig die liegen halt immer unter dev source Paketname workspace source jetzt muss ich nochmal genauer gucken können jetzt mal den Spaß erlauben einfach mal einen Error einzubauen jetzt hat er Bob festgestellt ich habe die Sourcen geändert ich muss das Paket nochmal neu bauen und das ist der typische Edit Compile Cycle wie man den entwickelt normalerweise vorfindet das machen wir jetzt natürlich nochmal rückgängig nochmal nochmal neu gebaut Image wieder fertig alles funktioniert dasselbe kann ich jetzt halt auch noch mit einer IDE machen wenn ich jetzt einen größeren workspace habe und ein größeres projekt gibt es natürlich ein convenience commando Bob status das gibt in dem Fall jetzt natürlich nichts aus das geht durch alle Workspaces durch wo man Sourcen ausgecheckt hat und wenn man sie geändert hat bekommt man das angezeigt wenn wir einfach nochmal die Datei nochmal ändern sieht man halt diesen Workspace hat man geändert was hat man geändert das funktioniert auch bei extrem großen Workspace ist ziemlich fluffig so verliert man eigentlich nie den Überblick woran man gerade gearbeitet hat ob man noch vergessen hat irgendwelche Sourcen einzuchecken kann man relativ schnell herausfinden so als Schmanker haben wir noch den ID Support das gibt gibt es in dem Fall zwei verschiedene sind voreingestellt for project qt creator kann man jetzt halt den Projekt file anlegen und die IDE aufmachen man muss noch sagen welches System man haben will in dem Fall bauen wir mal den Host wird ein Projekt erstellt und vor allem wird das Projekt einmal durchgebaut weil ich in der IDE bin unter Projects liegt jetzt hier diese Host von creator ach ist auf den falschen Workspace aufgegangen wird halt das Projekt importiert man sieht in dem Fall die Sourcen von dem Teil des Projekts der ihn interessieren wenn das Projekt noch viel größer ist die anderen Sourcen sieht man halt nicht also wirklich nur an dem Teil Bereich in dem man arbeiten will das können wir jetzt auch einfach ausführen da wird das gebaut es lässt sich halt leider etwas schlecht bedienen in der Konsole und da sieht man normalerweise nur Output aber das executable läuft wirklich das wird von Bob automatisch aufgesammelt zumindest wenn man auf einen Host baut wird das automatisch in die Qt Creator weil es schon importiert ist relativ schick wenn man zum Beispiel Unit Tests ausführt gerade wenn man Crosscompile man Crosscompile das Target probiert das da aus und denselben Source Code kann man einfach über einen anderen Abhängigkeitspfad auch im Qt Creator die Unit Tests ausführen kann sie da Debuggen ändern und auch wieder neu bauen genau und wenn wir jetzt gerade noch ein neues Rezept hinzugefügt haben können wir es auch einfach dem Jenkins auch nochmal bauen lassen was man jetzt sieht es wird jetzt der Host neu konfiguriert das neue Paket angelegt und bei den anderen das Set New Configuration das ist größtenteils nur ein Update vom Audit Trail und dann werden die modifizierten Jobs nochmal angestoßen und dann sollte es eigentlich auch schon schnell Stands gebaut haben das dürfte auch schon fertig sein 2048 fertig ich könnte jetzt einfach auch das Demo Virtual Express könnte ich mir das Target Z an der Stelle runterladen und ausführen das enthält genau dasselbe Ergebnis was ich gerade lokal gebaut habe ist jetzt auch schon hochgeladen das heißt wenn jetzt ein anderer Kollege das selber ausführt auch nochmal baut kriegt er genau dasselbe das war jetzt im Prinzip so die wichtigsten Features wie es eigentlich mit Bob auf der Kommando Zeile aussieht typischerweise wie gesagt der Entwickler ist mit BobDev unterwegs und führt dann im Prinzip den ganzen Tag nur Make aus so wir machen weiter eine Präsie von da genau grundsätzliche Designentscheidung was was man jetzt vielleicht nicht so gesehen hat die das Tool selbst sollte eigentlich safe sein das heißt wenn ich jetzt nichts spezielles angebe sollte es immer korrekt sein sollte immer das richtige bauen auch wenn es mal länger dauert man hat dann halt Schalter um das noch zu beschleunigen man kann sagen check nicht aus sondern baue nur baue nur dieses Paket weil ich jetzt echt genau weiß dass ich nichts anderes geändert habe du brauchst die Dependencies nicht checken und so weiter das kann man halt sozusagen noch tweaken aber der default ist safe es gibt halt diese zwei modis bob build bob dev die jeweils so ein bisschen die extreme ausdrücken sollen wo man arbeitet bob dev als Entwickler schnelle edit compile cycles bob build um halt so korrekt wie möglich zu bauen um sicher zu gehen dass da nichts falsches eingecheckt wird bei den scms die git repos oder was auch immer man auscheckt die werden niemals inkrementell geupdatet selbst nicht im bob dev modus git pull ja aber wenn man jetzt sagt ich checke ein anderes repo aus ich checke eine andere branch aus das wird zur seite geschoben es wird niemals eine source gelöscht und es wird clean neu ausgecheckt hat sich einfach erwiesen dass das der saubere ansatz ist weil auch so ein branch switchen kann immer schief gehen da bleibt der workspace in dem state den man nicht wieder richtig kontrollieren kann gerade wenn man gerade mitten im rebase war und einen neuen branch auschecken will das geht halt echt schief und der Jenkins wie wir gesehen haben der führt selbst den Bob nicht aus sondern Bob konfiguriert den Jenkins setzt die Jobs auf wird die Shell Steps einfügen was ausgeführt werden soll und gebaut wird analog zum Release Mode also mit Safe Defaults wir bauen Clean normalerweise und so weiter und wir wollen halt keine Features duplizieren die Jenkins schon hat also der Git Checkout dafür wird das Git Plugin genommen einfach damit man auch wenn die Jobs durchlaufen damit man die History Log hat das wäre halt alles verloren wenn man Git Clone selbst ausführen würde welche Grenzen hat das Tool es ist halt nicht für jeden geeignet das Business was wir halt haben ist relativ speziell mit diesen großen Embedded System wenn man jetzt halt seinen Maven gewohnt ist wo man halt dynamisch Dependencies resolved dafür ist der Bob nichts der so explizit dafür nicht gedacht der Ansatz von Bob ist wirklich man hat ein Projekt Projekt und die gesamte Projekt Konfiguration hat man in den Rezepten da ist es drin das kann sich jeder angucken das kann jeder verstehen und da ist keine Dynamik drin es ist nicht so dass ich das inkrementell parse heute finde ich die Lib in der Version 13 die dependent auf irgendeine andere Lib die Major Version 15 haben soll aber welche meiner Version ist mir egal weil dann kriege ich morgen ein anderes Ergebnis das nächste ist der Bob selbst ist obwohl er relativ schnell ist und Make ähnlich arbeitet für Pakete gedacht da führe ich ein C-Make drin aus oder ein Maison aber ich baue keine individuellen Source Files und die Granularität die man da drin abbildet sollte auch so ähnlich sein also wirklich so ein Paket so ein Rezept sollte irgendwas sein woran man konsistent arbeitet was irgendwie zusammengehört was eine Kohärenz hat alles andere zerfasert halt dann irgendwann viel zu viel und wenn man zu viele Pakete hat muss man wieder an zu vielen Quellen parallel ändern Abhängigkeiten ändern sich die bringen halt immer Schmerzen mit sich und natürlich der Entwicklung geschuldet der Bob ist eher für das Cross-Compiling gedacht mit dem kommenden Bob 0.15 ist Support drin damit man auch sauber auf dem Host arbeiten kann aber es erfordert mehr Konfigurationsaufwand weil wenn ich einen Host Compiler nehme oder Libraries vom Host nehme dann muss ich das dem Bob irgendwie mitteilen weil der kann natürlich das CMake versteht er nicht dafür kann ich Fingerprint Skripte angeben da kann ich ihm sagen welchen verständlich machen welchen Compiler ich habe auf dem Host verwendet damit ich nicht aus Versehen binär Artefakte von dem Kollegen drüben benutze der eine völlig neue Distri hat mit der libc die bei mir gar nicht da ist und die libc von da drüben verwendet halt Features die bei mir gar nicht verfügbar sind beim Cross Compiling habe ich diese Probleme alle nicht weil da kann ich die Artefakte ähnlich ausführen deswegen ist Cross Compiling interessanterweise einfacher im Bob als war war zumindest angekündigt ist relativ ähnlich wir haben es noch nicht aus also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert soweit ich es verstanden habe ist es doch ist es halt doch wieder eher der wir installieren ein Paket in der Version ist weniger so dieses Make like ich editiere mal fix in meiner LDI was und baue halt 13 Pakete neu und lade 50 runter aber auf jeden Fall relativ ähnlich gelagert Konkurs kommt eher aus der CI Richtung baut ganz stark auf Docker oder auf RunC auf wenn ich mich richtig erinnere da wird alles in Containern gebaut und man definiert aber eher so eine CI Pipeline man kann da auch als Entwickler mit arbeiten man kann sich in diese Container stellen und kann da auch was ändern aber mit einer IDE tut man sich da eher schwer das klassische Cross-Compiling gerade von Linux-Systemen Bitback Jogto wer schon damit gearbeitet hat weiß dass es sehr komplex ist ich verstehe die Rezepte bis heute nicht alle ich finde es teilweise sehr unelegant weil sehr viel Monkey-Patching betrieben wird zwischen Layern an der Stelle das war definitiv auch ein Ziel von Bob das zu vermeiden und es braucht natürlich eine ganze Linux-Distribuzion Allerdings für einen Embedded Controller tut man sich halt schwer damit was zu bauen insbesondere noch im selben Projekt was zum Beispiel bei uns ein Use-Case ist Bildroot ist das schlanke System von Bitback sage ich mal das macht mir persönlich mehr Spaß ein Linux-System zu bauen das tut seinen Job nicht mehr nicht weniger interessant der Nix-Packet-Manager für Nix-OS das ist das einzige System was genauso funktional arbeitet wie der Bob kann man auch für das Cross-Compiling nehmen habe ich mir aber auch noch nicht angeguckt ist aber auch sehr komplex hat aber auch eine eigene Domain-Specific-Language die man an der Stelle erst lernen muss ja das ist eigentlich schon das Ende ein Ausblick ja ganz wichtig die Message trotz der Nuller-Version die da nach vorne steht ist Rückwärtskompatibilität schon ein Entwicklungsziel ein sehr deutliches wir haben es halt bei uns der Bob im Einsatz mit mehreren hundert Entwicklern wir bauen unsere aktuellen Produkte darauf auf da können wir jetzt nichts mehr kaputt machen also es können sie die Nuller-Version ist immer noch da weil es weil nicht alles ausgegoren ist es gibt eine Menge Backwärts-Compatibility damit es bei uns in-house noch funktioniert meine Hoffnung ist diese Backwärts-Compatibility einfach mal irgendwann abzuschneiden zumindest ganz alte Zöpfe das würde einer 1.0-Version halt widersprechen ja deswegen habe ich den Sprung noch nicht gewagt das auf eine 1.0 zu heben nichtsdestotrotz der Anspruch ist wenn die Rezepte sauber waren keine Annahmen von Bob verletzt haben die dokumentiert sind und es hat früher gebaut soll es auch in Zukunft bauen das 0.15 Release ist an sich fertig leider nicht ganz das Host Fingerprinting das gefällt mir noch nicht das ist noch nicht rund sobald das mal wirklich rund ist dann wird es 0.15 überhaupt geben von den Features wird sich nicht mehr viel ändern zukünftig soll es Layers geben ich habe mich lange gewehrt aber die wir haben denke ich mittlerweile auch Use Cases dafür Layers sind halt dafür da um die Rezepte voneinander zu separieren wo man sagen kann diese Rezepte für diese Domain halte ich in einem separaten Git Repo wie die restlichen Rezepte und bringe die dann aufeinander so eine Art Union Mount bloß halt vom Tool selbst unterstützt bringt aber seine eigene Komplexität mit sich deswegen der letzte Satz ist aus meiner Sicht auch wichtig so eine Features versuche ich da an der Stelle immer relativ konservativ hinzuzufügen der Use Case muss da sein es muss sich rund anfühlen und es darf keine Ecken und Kanten mehr geben weil der erste Satz gilt wenn es einmal drin ist und das Feature wird benutzt muss es auch supported werden und so ziemlich jede Dummheit die ich bis jetzt damit irgendwann mal gemacht hatte wird ausgenutzt und die ist bis jetzt da auch immer drin deswegen eher langsam als zu viele Features auf einmal ja genau und ganz perspektivisch das eigene Server Backend und der Jenkins ist nett und er ich will jetzt Falsches sagen aber es ist manchmal etwas anstrengend mit dem Jenkins Plugins brechen machen Dinge kaputt die Rest API bleibt stabil aber es ist auch nicht so schnell wie es sein könnte weil der Feature Umfang vom Jenkins halt viel größer ist und die Idee ist wenn man ein eigenes Server Backend schreiben würde was nur die Schritte tun kann die im Bob definiert sind wäre das doch sehr viel schneller leichtgewichtiger und mehr skalierbar als wie so ein großer Jenkins ist weil wer schon mal eine Jenkins Installation hat mit 1000 Jobs gehabt hat weiß wie viele Gigabyte Speicher man dem Jenkins geben muss damit er überhaupt noch performt das macht halt ein wenig Spaß ja noch die obligatorischen Links der Bob ist auf GitHub kann sich jeder klonen es gibt ein Read the Docs Dokumentation ist da relativ umfangreich ich denke nicht immer verständlich ist immer ausbaubar der Anspruch ist schon dass alle Features die drin sind schon beschrieben sind es gibt auch Man-Pages die sind von unterschiedlicher Qualität aber alle Optionen sollten drin aufgeführt sein und es gibt eine Mailing-Liste mit extrem wenig Volume aber zumindest die Releases werden erinnounced ja dann macht das an der Stelle ja wer Fragen hat keine vor genau zwei Dinge habe ich mir gemerkt das eine dass das immer selbstproduzierbar sein soll und das andere dass man zum Beispiel auch nach zehn Jahren noch ankommt und dass man bauen kann das ist das um mit dem ich mir jetzt mit C und GCC und alles mit also ein Paket mit Einfacher und dann auch zehn Jahren Naja ich würde also die erste Annahme ich würde mal sagen die x86 64 Architektur sollte überleben bis dahin hoffentlich ich würde mir halt ein Sandbox Image bauen was sowas wie den Host Compiler mitbringt und die wichtigsten Host Tools das lege ich als Target Setup und ich kann von diesem Sandbox Image starten die einzige Annahme die ich wirklich treffen muss ist ich brauche noch einen Linux Kernel auf dem der Bob noch laufen wird und zumindest das Python mit dem ich den Bob ausführen kann das muss ich mir irgendwo mit aufheben das geht leider nicht man hätte ihn noch in C++ schreiben können aber das ist leider zu spät wenn die zwei Annahmen da sind und ich mir das Sandbox Image abgelegt habe danach ist es denke ich reproduzierbar es gibt immer noch Unabwägbarkeiten weil man ist natürlich immer noch von dem Linux Kernel bleibt normalerweise legt man sich natürlich dann noch die VMs zur Seite aber das ist das eine um es wirklich 100%ig reproduzierbar zu bauen auf der anderen Seite als Entwickler wenn ich jetzt wirklich nochmal ein Patch machen muss es ist schön wenn jemand auf seinem Build Server die alte VM rausholen kann aber ich als Entwickler muss natürlich auch noch fünf Jahren was ein realistischer Zeitraum ist wo ich schon meine District 3 mal geupgradet habe und ich hoffe dass man das damit erreichen können realistischerweise wird man den Bob zweimal dreimal updaten müssen damit er einfach mit dem aktuellen Python läuft Python ist nicht so stabil leider aber wenn man das Sandbox Image hat sollte es eigentlich ab dort funktionieren das ist die Wette sage ich mal so weit definieren dass alles als Nachgeschmitte landet das würde ja eigentlich immer nur wachsen ja und nein also erst mal schon ich kann es mal kurz zeigen wie das aussieht das ist eigentlich irgendwo hatten wir es da drunter abgespeichert das sieht ähnlich aus wie Git das wird halt so mit intern Hash abgelegt jetzt ist nur eine Build-ID da liegen jetzt der Target Sets es gibt allerdings ein Kommando da 4 Bob Archive was die Metainformationen die dann da drin enthalten sind parsed wo ich sagen kann ich möchte behalten alle Releases ich möchte oder nur spezielle Releases behalten oder ich möchte halt alles was so Nightlys waren die von folgendem Branche gebaut wurden die älter als zwei Wochen sind möchte ich gelöscht haben und so kann ich versuchen das sauber zu halten der beste Ansatz wenn man jetzt wirklich nochmal perspektivisch auf Releases geht ist halt eher so ich habe einen Artefakt Server wo ich Releases drin baue oder wo ich die Artefakte für Releases reinbaue und ich habe so einen Artefakt Server wo ich so meine Nightly so die Continuous Integration Sachen drin baue damit ich jetzt einfach voneinander renne es ist völlig okay wenn ich mehrere Backends habe der Bob klappert die dann einfach alle ab und versucht irgendwo in so ein passendes Artefakt zu finden also bei uns sind glaube ich so eine Handvoll URLs angegeben so viele Releases für CIs eigene Buildserver von den einzelnen Gruppen die werden einfach alle abgeklappert wenn er irgendwo was findet wird das da runter geladen aber Releases und CI würde man normalerweise schon physikalisch voneinander trennen aber man kann es auch verwalten Das ist Bob Archive zumindest das ist noch ausbaufähig aber es ist auf jeden Fall zumindest um die um das Artefakt Repo sauber zu halten da kann ich so eine Expression angeben die kann ich auch beliebig groß machen was ich alles behalten will da kann ich auf die Metainformation zurückgreifen die da in den Artefakten drin sind die werden halt gescannt gecached inkrementell gerade wenn man mehrere Gigabytes davon hat es wird eine Datenbank gepflegt eine kleine SQLite Datenbank wo sozusagen für die Artefakte die schon gescannt wurden wo die Metadaten extrahiert wurden die bleiben in der SQLite Datenbank neue Artefakte werden dann immer aufgegriffen genau im Moment kannst du nur sagen ich möchte folgendes und jenes behalten und alles andere sollst du löschen da ist noch Ausbau bedarf wir hatten nur bis jetzt den Use Case wir wollen einfach sicher gehen dass das nicht überläuft gerade da wo wir CI Sachen bauen deswegen alles was älter ist als FS extrem lange baut dass man schnell einen Tag machen muss ja genau ja also der normale Workflow bei uns in der Firma wenn man jetzt wirklich mal an was arbeitet man hat ein normales Release drauf auf seinem Gerät man nimmt sich das Tag der Rezepte von diesem Release da wird praktisch alles runtergeladen bis auf das was man ändern will das geht schon extrem schnell also ist relativ fluffig an der Stelle auch bei größeren Inbelly System Ja Der normale Workflow wenn man das wirklich im CI macht ist dann eigentlich eher man legt sich ein Seed Job an sag ich mal wo man den Bob wirklich dann drin ausführt der wird über einen CI Hook getriggert wann immer die Rezepte geupdatet wurden und der führt halt Bob Jenkins Push auf sich selber sozusagen aus Ja und Nein der also es werden natürlich ein paar Helfer im Hintergrund aufgerufen der Hintergrund war da gewesen ich will A sowas wie das Git Plugin wirklich benutzen damit ich eine Commit Historie halt sehen kann an den Jobs wie sie gelaufen sind das würde ich komplett verlieren wenn ich den Bob selbst ausführen würde wenn ich den Bob naja weil das die naja aber ich will ja dass der Bob das auscheckt also wenn ich normalerweise wenn ich Bob Bild selbst ausführe macht er das Checkout ja selbst nur wenn das Git Plugin das halt macht dann würde ja die Historie auch in einem Job hinterlegt werden also zumindest wie er ausgeführt wurde in dem Bild und genau deswegen führe ich halt den Bob da drin nicht selbst aus sondern ich nutze halt das Git Plugin um es auszuchecken und die restlichen Schritte werden halt einfach als Shell Step da rein vonfiguriert der nächste Grund ist ich will es halt auch auf einem Bild Cluster bauen können also wenn dann müsste ich halt in jedem einzelnen Job müsste ich auch für dieses eine Paket den Bob ausführen das ist machbar das machen wir teilweise intern auch aber dann verlierst du halt die Historie und die Sichtbarkeit an der Stelle so kannst halt auch in den Log von dem da die Shell Steps halt wirklich selbst drin sind siehst du ja wirklich welche Kommandos ausgeführt wurden das sind auch die die du im Rezept findest das heißt wenn du den Log von dem Bild reinguckst findest du sie direkt wieder ist halt nicht nochmal ein Layer dazwischen also beide Ansätze sind halt valide wir haben jetzt den ersteren gewählt ja das wird immer gemacht wenn du im Qt Creator auf Bild drückst wird im Hintergrund dann nochmal der Bob getriggert um solche Updates aufzufangen das funktioniert genau genau auch die Files die du dann siehst die an sich wird dann geupdatet ja der kommt relativ gut damit klar ja also der Qt Creator kriegt an der Stelle so eine Files TXT untergeschoben wo er genannt kriegt wo die Dateien sozusagen sind die wird immer geupdatet das inkrementelle Update funktioniert eigentlich ganz gut ja der Nachteil ist halt wenn ich auf dieser Paketebene arbeite ich sehe die Sourcen sozusagen nur von außen das ist jetzt nicht so als wenn ich jetzt in CMake Projekt importiere weil da sehe ich halt auch die Compile Switches die gesetzt sind das muss ich wenn dann manuell nachholen weil wenn du jetzt auf der Paket Bauebene das in Qt Creator lädst sie 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 zwar alle Sourcen und du kannst auch alles bauen aber alle Projekt siehst du nicht es gibt halt Schalter um das nachzubauen also wo du beim Projekt mitgeben kannst folgender und jener Compile Switch sind gesetzt es es natürlich nicht an die Komfortabilität ran als wenn du ein CMake Projekt importierst das kannst du immer noch machen dann kannst du natürlich aber nur an einem Projekt arbeiten nur an einem Paket arbeiten wenn du über mehrere Pakete arbeitest dann ist das das Beste was du kriegen kannst das sind jetzt Projekt Teil für ein Paket ausgestattet Workspace 1 weil es das erste ist was wir ausgestattet haben dann macht der Endroben checkt die aber nicht ein wo sozusagen überhaupt so ein zweites so ein zweites Anliegen weil er sozusagen nicht dann würde dieses Qt-Creator Pfeil angepasst werden oder machen Naja normalerweise der Qt-Creator speichert eigentlich wenn du baust wenn du außerhalb vom Bob dann die Rezepte änderst und da nochmal baust und im Qt-Creator die Datei natürlich noch nicht gespeichert hast und du hättest die Rezepte inkompatibel geändert das heißt dass die Variante die du gerade editiert hast nicht mehr existiert dann hättest du ein Problem genau genau also wie gesagt die Compile Switches sind halt nicht sichtbar für den Qt-Creator an der Stelle wenn es wichtig ist man kann die eben nochmal zufüttern muss man auch manuell machen ich hatte mal die Idee gehabt dass man per Konvention die C-Flex die zum Beispiel als Environment auch durchgegeben werden können die auch CX-Flex die ich halt normalerweise setze in so einem Projekt dass man die auch im Projekt Generator mit ausliest und dem Qt-Creator zur Verfügung stellt da könnte man das Plugin noch erweitern an der Stelle aber du hast natürlich völlig recht wenn die Compile Switches nicht gesetzt sind kommen unter Umständen die Parser da durcheinander das zahlt der Preis den man zahlt wenn man über mehrere Pakete über mehrere Libraries hinweg auf der Stelle arbeitet wenn man die halt nicht in einen Workspace packt wo man dann wiederum das Projekt importieren kann genau ansonsten kann ich von Eclipse glaube ich nur abraten das war relativ schlecht beim Parsing gerade beim Boost verhaspelt sich es öfters mal man kann auch explizit sagen was man folgende und jene Pakete nicht in seiner IDE sehen will sowas wie Boost würde man halt ausschließen verliert man natürlich auch die Completion dann ist schlecht aber der QET Creator kommt eigentlich relativ gut das kommt drauf an je nach Modus den man verwendet bei Bob Bild ist es so wann immer sich die Bild Vorschrift ändert wird ein neuer Ordner generiert einfach um Dinge voneinander zu separieren ich will was anderes bauen neuer Ordner ich will noch was anderes bauen neuer Ordner das zählt immer weiter deswegen für den Entwickler ungeeignet im Bob Dev versucht der Bob diese Nummern stabil zu halten und die Nummern entsprechen den Anzahl der Varianten die im Projekt existieren zum Beispiel das 2048 was wir an der Stelle gebaut hatten das gibt es ja in zwei Ausprägungen also es einmal derselbe Source deswegen gab es unter Dev Source Workspace 1 gab es immer nur die 1 da waren die Sourcen drin weil ich habe für alle Varianten den selben Source Code ausgecheckt das Ergebnis da ich einen anderen Compiler verwendet habe war aber nicht ein anderes und deswegen gab es zwei Dist Ordner einen wo die x86 Host Variante drin war und einen wo die cross compilierte Variante drin war die Nummern bleiben so lange stabil wie ich die Rezepte an der Stelle nicht ändere wenn ich jetzt eine neue Variante hinzufüge das jetzt für PowerPC zum Beispiel baue da kommt eine 3 dazu der Bob versucht das immer auch so zu mappen dass es alte Varianten die weiter da geblieben sind bleiben auch in den Workspaces die schon da waren allerdings wenn ich jetzt eine Variante weg nehme und eine andere neue dazu tue dann wird sich die Nummer 2 ändern aber solange ich keine größeren Umbauten in den Rezepten vornehme bleibt das für den Entwickler normalerweise stabil und selbst wenn sich versucht die Varianten zu matchen sodass die Nummern für den Entwickler so lange stabil bleiben wie es halt noch zu ordnenbar ist wenn jetzt 2 Akzepturen hat dann voraus ausgerechnet welche Nummern werden ja genau das ist das Projekt wird immer das kann durchaus die 2 sein genau 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 wenn dein Paket mit der 20 anfängt dann weißt du halt dass du ganz schön viele Varianten von dem Paket irgendwie drin hast ja genau wenn man für die man kann halt die Query Language nutzen um rauszufinden wie viele Varianten habe ich denn wirklich von so einem Paket da kann ich halt hinschreiben bobls minus d für direkt damit ich nicht die Abhängigkeiten sehe sondern das Paket an sich slash Paketname und slash wer XPath kennt weiß halt das ist einfach nur rekursiv durch den gesamten Baum finde ein Paket was so heißt und wenn ich halt schon oben damit anfange heißt das einfach finde alle Varianten von diesem Paket und so viele Ausgaben wie ich dann halt hab so viele Varianten hast ne bitte